Ich bin wieder hier. Ich bin immer noch halbtot, aber am Leben. Runtergekommen bin ich, man muss ja runter, das habe ich ja irgendwie völlig vergessen, an diesem silbernen Abflussrohr oder was auch immer das ist. Also, einfach wieder nach unten rutschen. Eigentlich ziemlich simpel, aber gut. Hinterher ist man immer schlauer. So, wir gehen ins Licht. Zu Henrys Wohnung gehen und wir sind jetzt wohl in der U-Bahn, ja? Wo bin ich? Da hinten. Okay. Oh, Baby. Gut. Also, einer hat eine Kanone, das habe ich in diesem ganzen Gewackel irgendwie nicht wirklich gesehen. Jetzt locke ich den mal weg. Schmerzmittel aufgehoben. Ich ballere die Kugeln ganz schön raus, ne? Aber... Könnte man sicherlich öfter auch anders machen, aber ich finde eigentlich Schießen ganz nett. Warum auch nicht? Gibt es hier noch irgendwas, was Schönes? Ich meine, die hat gesagt, sie hätten hungrige Kinder. Hätten auch hungrige Kinder. Ich habe aber bisher noch kein hungriges Kind in dem Spiel gesehen. Jetzt hauen wir uns noch eins rein. Oh ja, jetzt ist es schon wieder viel angenehmer. Jetzt höre ich nicht mehr dieses ganze Gebumper die ganze Zeit im Hintergrund. Bum, bum, bum. Es war echt anstrengend jetzt. Aber ich möchte mal erwähnen, I'm alive! Kann man hier irgendwie das Ding hochmachen? Nee. Kommt man hier rüber? Nee. Hm, tolles Profil hat er. Was macht der denn da? Penner. Habe ich jetzt den Typen nicht gerettet, oder was? Hm. Das tut mir ja jetzt auch ein bisschen leid, ne? Hm. Hm. Naja. Sehr konträr. Einerseits kann man die Leute retten, andererseits muss man sie erschießen. Das ist irgendwie gar nicht so leicht zu sehen, wen von den beiden man... oder welchen von den Leuten man jetzt retten und wen man erschießen soll. Put on the red light. Was geht denn da drüben? Also nach links. Hm. Hm. Why is everybody mean now? Not everybody, May. Are you mean? No, I promise I'm not. Okay. Jetzt wird mir... ...die Karte gleich sagen. Ah, it's gonna be exciting, sagt er. Ha, ja, sehr schön. Gut. Ich bin auch schon total... ...ähm... ...excited. So, mal schauen. Wie kommen wir denn da lang? Na gut. Mal runter, ne? I'm scared. Don't have to be scared, honey. In fact, just close your eyes. Open them only when I tell you. Okay. I'll close my eyes now. Ist schon süß, die Kleine. Zum Kind im Rucksack. Ah, da können wir nicht runter. Einen Kletterhaken nur. Das kann ja lustig werden. Ich glaube, ich kann das jetzt machen. Da würde ich auch kreischen. Das war jetzt allerdings irgendwie nicht so gut. Wir müssen jetzt ganz schnell wieder zu dem Kletterhaken zurück. Und warum bewegt er sich denn wieder nicht mehr? Also das wird, glaube ich, schon mal nix. Ah, Geronimo! Na gut. Machen wir noch was im Inventar, was wir dann später brauchen können? Ich bin auch schon ganz excited. Kletterhaken hätte ich gern einen mehr oder so. Naja, hilft ja nix. Du süße. Closed her eyes now. Das war völlig falsch. Aber völlig falsch war das. Wieso krabbelt er denn da zurück? Wir waren doch schon so gut wie durch. Weiß ich wenigstens, wo es lang geht. Down there is America. Down there is Africa. Oh, runter. Also. Hier rüber. Hier rüber. Hier rüber. Dann hier hoch. Dann hier runter. Dann springen wir. Dann hauen wir einen Kletterhaken in die Wand. Zum Abchillen. Na, das würde ich jetzt nicht machen, Süße. Dann hier weiter und hoch. Oh. Das war, glaube ich, gar nicht so schlecht. So. Geht doch. Es geht doch. Es geht doch. Mhm. Und hier geht's weiter runter. Du sollst nicht die Waffe ziehen, du sollst dich da runterhangeln, Kollege Schnürschuh. Und warum hängt er jetzt hier so auf halb acht? Genau. Nee, nicht roh. Mann. So. Oh, was haben wir da? Ein Sodagetränk. Ja, das ist... Hab jetzt endlich auch kapiert, wozu es gut ist. Man füllt damit Ausdauer auf, die leer ist. Auch wenn der Balken aber noch weiß ist. So. Jetzt werfen wir einen weiteren Blick. Mal auf die Karte schauen. Bin irgendwie komplett falsch, aber... Wo soll es sonst weitergehen? Soll auch nicht in den Staub mit der Kleinen. Na gut. Lassen wir uns überraschen, wie es weitergeht. In der nächsten Folge I am alive. Bis zum nächsten Mal.